Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Moonlighter. Jawoll. Weiter, ein weiteres Mal gehen wir in den Dungeon. Ich wollte nur kurz schauen. Der Walddungeon, na. Diese kleinen Waldabschnitte da, die wir in diesem Dungeon sehen haben, nichts mit dem Walddungeon da drüben zu tun. Okay, passt. Alles gut. So. Dann versuchen wir abermals unser Glück. So. Alter. Der Ernst jetzt? Gretter. Aha. Da ist scheinbar schon mal jemand runtergefallen. Und hat das gleich mitgenommen. Ah. Das, na wirklich. Man kann da ab und zu sogar absichtlich runterfallen. Was ist das für ein Gegenstand? Also das Schwert. Das hat jetzt komisch ausgeschaut. Okay. Fickung. Ja. Ich will da raus. So. Geht ja. Da sind wir wieder. Okay. Na. Ähm. Sie sind Motten. Das hatten wir auch schon. Hat da gerade was geglänzt? Nee, oder? Das bilde ich mir ein. Gut. So. Dann hier lang. Au. Au. Das ist ja immer noch nicht hin. Aber jetzt. Geht ja. So. Was haben wir denn Schönes? So. Das ist das besondere Erz. Und dieses Gießerei-Dingens. Blablabla. Gut. Na. Äh. Das wollte ich jetzt so eigentlich nicht. Das ist echt lästig. Das ist wie ich... Frecke. Geht ja. Geht ja. So. Passt. Hier sind wir fertig. Dann geht's wieder zurück. Und da lang. Aha. Einmal heilen. Das passt super. Passt. Dankeschön. Alter. Alter. Nein. Also. Ja. Er schafft Seiten noch einmal. Das ist echt schlecht. So. Jetzt aber. So. Was haben wir denn da? Schönes Stoff. Und wieder diese Gießerei-Reste da. Jawohl. Dann geht's hier rauf. Passt. Jetzt hier vielleicht noch was drin. Ja. Super. Und ab in die nächste Abteilung. Ach, komm. Echt. Lächerlich. Echt. Alter. Falsche Richtung. Hallo. So. Einmal heilen. Boah, das war knapp. Okay. 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 Das mit dem Looten kapiere ich noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. So, ich muss jetzt vorsichtig sein, ich habe nichts mehr zum Heilen, ne? Ein Raum wäre halt noch schön gewesen. Ja, geht ja. Aber dieses Gelecke geht schon ein bisschen auf den Keks, ehrlich gesagt. Sollen wir es sein lassen? Schon ein bisschen eine magere Ausbeute, ne? Na, bevor wir da alles verlieren? Ja, die Gegner sind doch einfach, ne? Das können wir schaffen. Ja. Ja, passt. Ist, glaube ich, okay. Aha, da haben wir wieder sowas. Gegenstand bleibt verborgen, während du in einem Dungeon bist. Das geht alles schon nicht mehr, ne? Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas zu Gold machen, ne? Weil die ist schon nicht so schlecht, ne? Also vom Wert voll her sein jetzt. So, war das so richtig? Zerstört bei Rückkehr ein Gegenstand in gezielter Richtung. So, also gar kein Zoo, ne? Arsch. Was macht das Ding? Fluchteffekt eines angrenzenden Gegenstandes blockiert. Also Fluch-Effekt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich glaube, wir hauen ab. Weil wir haben eh keinen Platz mehr. Oh. Ist, glaube ich, okay. Und tschüss. Jo, passt. Zwei Drohnen hätte es noch gegeben, ne? Wir brauchen echt einen größeren Rucksack. So. Dann schauen wir mal, was haben wir denn da Schönes? Was sind das? Golddruhnen? Okay. Diese Golddruhnen sorgen für wundervolle Muster. Achso, Golem. Okay. Das war das. Das hat so komisch ausgeschaut. Ähm. Gut. Ich glaube, sonst haben wir nichts doppelt, ne? Da würde ich gerne, ehrlich gesagt, wieder zwei aufbewahren. Wieder fünf Betränke. Ja. Was haben wir hier noch drin? Da hat man noch mal drei. Da hat man noch mal drei. Da hat man noch mal drei. Ach, machen wir mal ein paar daraus. So. Einmal im Spiegel schauen. Schnieke. Gut, dann eröffnen wir das Ganze mal wieder. Immer herein in die gute Stube. Yeah. Danke. So, da ist für die Herrschaft scheinbar noch nichts dabei. Versuchen wir es mal damit. Yeah. Und? Jawohl. Danke. So, da würde ich sagen, das da... Ah, da haben wir auch noch keinen Preis. Okay. Ich probiere es einfach immer wieder. Wuche am Anfang. Schön. So, mal schauen. Okay. Der für den einen ist es zu teuer. Gerne. Wiederschauen. Mhm. Jawohl. Ja. Vielen Dank. So, was haben wir noch Schönes? Hm. Ja, ja, ja. Und? Nein. Ist noch zu teuer. Jawohl. Super. Dankeschön. Danke sehr. So. Dann können wir das noch. Und das noch. Also, diese Helden kommen nie mehr, ne? Sehr klar. Dankeschön. Danke sehr. Ja, jetzt mag er es auch. Das ist schön. Ähm. Ja. Die Firma dankt. Wiederschauen. Mhm. Jawohl. Yeah. Da scheppert es in der Kasse. Super. Danke. So, was hätten wir noch? So. Jawohl. Lalalala. Ich will es haben, bitte. Dankeschön. Servus. Bitte. Der alte Knacker. Jawohl. Super. Boah. Die räumen uns aus hier, hm? Dankeschön. Servus. Hm. Rest tun wir wieder sammeln. So. Was haben wir denn heute verdient? 4.470. Wow. Boah. Ist doch narrisch. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, wir haben jetzt auch ein bisschen Geld, dass wir jetzt unseren Laden ein bisschen ausbauen können, ne? Tja. Passt. Sehr, sehr gut. So. Dann schauen wir mal. Shop, bitte. Gegenstände, die in dieser Verkaufskiste verkauft werden, erhalten einen Rabatt in Höhe von 70%. Na, ich glaube, da ist besser. Die eiserne Kasse gefällt mir gut. Ja, bitte. Ja. Das passt nochmal. Können wir 5% mehr Geld. Das ist gut. Den hätten wir auch machen können, eventuell. Aber, ne. So. Wir brauchen Tränke. Oh. Hoppala. La, 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 la. Hallo. Ja, bitte Tränke wären super. Huh. Ja, und zwar 5 für... Oh, wow. Da können wir viel machen. Äh, 10. Ja. Das passt schon mal. 5 für uns und 5 für den Helden. Wenn sie die anderen 5 da verkaufen, also weggekauft haben. So. Zack. Werden wir mal wieder welche Kommandaten. Ah, ja. So, passt. Die kommen natürlich dahin. So. Zeit hätten wir noch für einen Dungeon-Besuch. Dann nutzen wir das doch, oder? So. Auf geht's. Oh, ruck. So. Hm. Da sind wir wieder. Hui. Hui. Hoppa. Ja, ja. Ist schon recht. Au. Na, du sollst dann verhauen. So, ist gut. Einsammeln. Danke. So, passt. Sehr gut. Nichts Besonderes. Gut, gehen wir weiter. Was, der ist erledigt. Au. Der ist auch erledigt. Au. 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 Mist, fiech. Aber jetzt ist er eh. Arschkopf. So. Was haben wir denn feines? Jo. Opala. So. Passt. Dann schauen wir nach da unten hin. Okay. Ein Tränkelein und in die nächste Abteilung. Au. Was, der ist erledigt. Aha. Da hat er scheinbar was Neues gehabt. Oh. Das ist wie so ein Deko-Kerl, ne? Von Zelda. Oh. Ohne Worte. Mist, fiech. Erländiges. Ich sag so ein Mist, fiech. Manf, würdest du dich bitte richtig hinstellen? Drossel. So, passt. Was haben wir da drin? Es ist echt nett. Aha. Okay. Den müssen wir anders hin platzieren. Am besten da. Was ist mit dem? Okay. So. Passt. Und weitergehen. Ja, das nutzen wir gleich. Passt. So. Ach, Tottchen. Arschkopf. Schau. Ah, da. Das ist unglaublich, ne? Geht ja. Passt. Erledigt. Wie mehr ist da nichts drin? So. Äh, ja. Nutze ich gleich nochmal. Ging sie jetzt weiter? Ja. Selbstverständlich. So. Batsch, batsch, batsch. Batsch, batsch. Batsch, batsch. Okay, da geht's weiter. Das sollte man vielleicht noch vermeiden. Und stattdessen muss lieber... Oh, ich brauche ein bisschen hier umschauen. Ich werde so fast runtergefallen. Alter. Ah, da geht's auch noch weiter. Passt. Das ist erledigt. Oh, was haben wir denn da? Kristallstein. Ein wunderschöner, bunter Kristall. Gerüchten zufolge kann er als ganz passabler Kondensator verwendet werden. Aha. Hm. Ah, da sieht man schon die Beliebtheit, ne? Der Golem-Kern ist sehr hoch. Aha, da sieht man auch einen Preis nebenbei. Da könnte man noch forschen, ne? Das maximale Geld, das man verdienen würde, ne? Also 150 wäre... Okay. Das muss ich auch wissen. Okay. Steht ja alles da, was ich brauche. Bei Lesen kann ich es eindeutig im Vorteil. Okay, das haben wir auch fertig. Nein, ich will das nicht. Okay. Dann gehen wir da wieder weg. Da drüben ging es noch rauf. Hier. Alter. Weil er halt da immer verkehrt steht, ne? Das ist wunderbar. Alter. Geht ja. Na, du Faust. Passt. Na, nix passt. Jetzt aber. So, ist gut. Und was haben wir drin? Ja. Ja. Sehr gut. So, zack, zack. Ähm. Passt. Er ist erledigt. Und einmal geht noch. Sehr gut. Passt. Da sind wir auch fertig. Dann ist eigentlich nur noch da drüben. Alter. Alter. So, jetzt aber. Aha, dann geht es noch weiter. Ähm. Ein Tränkelein. Okay. Okay. Zack. Alter. Passt. Erledigt. Gut. Und zack. Passt. Wundertrichtig. Und dann hauen wir wieder ab. Schnell, schnell, schnell. Wah. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier runter, ne? Dann. Hier rüber. Genau. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Einmal baden, wenn es noch geht. Super. Ah. Darunter. Und da rein. Und nächste Etage. So. Da hat er ein bisschen Leben haben wir ja noch. Alter. 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 Ich hasse es. Ich hasse es. Wirklich. Diese Legs sind echt unschön. Da muss ich mich jetzt echt schon fast mal beschweren irgendwo. Diese Legs nerven wahnsinnigst. Da kannst du echt nur reagieren und dann rennst du wieder in irgendeine Wand rein. Lauter Dreck. Geh vorweg. Mistviech. Boah, ey. Ach, das ist wieder richtig typisch. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. So. Einmal, zweimal. Ach, wir sind irgendwie. Okay. Alter. So. Hin ist hin. Passt. So. Und zurück. Und zurück. Und genau. Und hopp. Und... Naja. Stein. Und hopp und hopp. Und dann hier rauf. Einmal heilen. Ist gut. Passt. Hopp, hopp, hopp. Ich würde sagen, zuerst rauf. Passt. Passt. Na, warum? So. Jetzt haben wir. Blöder Topf. Echt. wieder rauf. Wieder rauf. Da haben wir wieder so einen Raum. Den brauchen wir nicht. So. Das brauchen wir auch noch nicht. Wozu ist das? Nee. Da haben wir wieder so einen Raum. Und dann hopp er da. So. Ich werde es sehen. So. Hin ist hin. Sehr gut. So. Was haben wir da? Boah, ey, Alter. So. Und hier. Passt. Dann hier rauf. Au. Passt. Hin ist er. So. Was haben wir da gefunden? Also das war nur ein Eisen. Da oben ist ein Fragezeichen. Warum? Da ist ein Fragezeichen. Da waren wir noch nicht, ne? Da waren wir noch nicht, ne? Alter, du Sau. Stirb, stirb, stirb. Nein, ich stirb. So, jetzt auch. Boah. Mist, Fink. Boah, Gott sei Dank. und trank. Boah, ey. Boah, ey. Haben wir es jetzt? Na, das ist immer noch ein Freiheitsein. Hä? 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 Ja, und jetzt? Der ist aber leer, oder? Ja. Der ist ja leer. Hm. Geht's denn tut aber auch nie an sowas, oder? Hm. Hm. Verstehe ich nicht. Hm. So, wir sind jetzt auch fertig. Daram. So. Alter. So, jetzt haben wir es. Gut. So. Okay. Und das nehmen wir auch mit. Ja. Ich hab schon verstanden. Ich hätte nicht Platz. Ähm. Aber jetzt normalerweise. Und wir sind voll. Das heißt, wir könnten abhauen. Ich glaub, das machen wir auch. So, aber der Part ist eh zu Ende. Ja. Halt. Was haben wir da noch? Eh nix. Okay. Dann hauen wir ab. Blup. Hm. Ja. Und dann werden wir jetzt den Part beenden. Ja. Das passt genau. Gespeichert ist auch. Das passt prächtig. Na gut, ihr Lieben. Dann war's das wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.